Containerdienst Wagner. Sie haben Schrott oder Bauschutt, den Sie entsorgen möchten oder möchten Güter transportieren? In beiden Fällen sind wir Ihr kompetenter und erfahrener Ansprechpartner in Homburg. Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung im Kleintransportwesen und im Containerdienst. Mit unseren bestens geschulten Mitarbeitern und unserem flexiblen Fuhrpark sind wir gerne für Sie da. Wir legen großen Wert auf termingerechte Durchführung unserer Aufträge und fachgerechte Entsorgung der abgeholten Materialien. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.